Okay Leute, als 500-Abo-Special werde ich einen Song produzieren. Also seid ihr jetzt an der Reihe, schreibt Songtexte in meine Kommentare. Ich werde auf jeden Fall nur die besten nehmen. Also gebt euch wirklich Mühe mit den Texten und schreibt nicht irgendwas rein. Und bitte auch Sachen, die sich nur reimen. Aber ich freue mich wie immer über jeden Kommentar, über jede Idee von euch. Also schreibt es einfach rein. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen und dann kann die Songproduktion direkt losgehen. Das war's mit dem Video. Lasst mir immer gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Bye Lolo!